Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge... Lego Jurassic Cuphead! Ja, Freunde, es geht wieder weiter. Ich bin negativ getestet, Gary ist auch negativ. Die ganze Zeit. Aber, ähm, ja, Quarantäne. Wenn ihr das Video sehen könnt, ich bin wieder raus aus der Quarantäne und Gary auch. Und we're back! Ja, das bedeutet, wir können das Spiel weiterhin zu Ende bringen. Ja, geil! Ja! Äh, gut. Okay, warte mal. Ich hab hier einen Schrank. Gut, hier können wir nichts machen. Ja, ja. Was kannst du hier kaufen? Autos? Okay, pass auf. Wir folgen der Spur, okay? Wie wir einfach beide rechtzeitig reingegangen sind. Aufgepasst! Wie bei allkomischer Affen. Wo denn? Aus dem Weg! Große Kinder sind hier unterwegs. Ist dir was aufgefallen? Mein Kopf ist größer als von den anderen Menschen. Siehst du das? Das sind deine Haare. Das sind nicht meine Haare, das sind mein Kopf. So, aus dem Weg! Guck mal, anstatt zu... Oh Gott! Ja, ist die schlimm war nur ihr Kopf. Ich glaub, wir sind da. Ähm... Dürfen wir da rein? Also, Artikels gelten für den ganzen Park. Ja, dann let's go. Kommst du da durch? Was? Wie ich so... Warte mal. Kleine Charaktere, wir können Lucken verwenden, um neu... Okay. Ach, hier! Ja, dann... Tschüss! Wie der Dschungeltyp. Schlag ihn! Er hat mich gesehen! Ich kauf ihn! Okay, kauf ihn, bitte. Äh, wir müssen ihn beschlechen. Ich hab ihn gekauft! Ähm, dann hätten wir auch die anderen kaufen können, glaub ich. So, äh, ich glaub, ich brauch deine Hilfe. Warte mal ganz kurz. Kommen Sie bitte da rein. Halten Sie sich fest, bitte. Und dann vier, genau. Ui, hallo! Ja, ähm... Ja, ja, kaputt schlagen. Was? Ja, Hintern retten tun wir gleich. Äh, erstmal alles kaputt machen. Weiter so, Gary, weiter so. So, und was haben wir jetzt hier? Nen Bari! Ey, diesmal will ich ihn steuern. Ähm... Was? Wir müssen... Kämpfe? Na, ich glaub, du zeigst dich einfach, oder? Nee, ich glaub, Arena-Kampf. Du bist auch da. Ah, mein Schwanz! Nee, da oben sind noch welche. Na, pass mal auf, du! Easy! Das ist ne Kleinigkeit. Los! Du machst welche kaputt und ich mach welche kaputt. Und das funktionierte... Nice! Wie funktioniert das? Ja, AF4 gedrückt halt, ne? Hab schon zweiste kaputt gemacht. Sehr schön. Ui, jetzt gegeneinander kämpfen, wa? Ich glaub auch. Yo! Ich häng fest! Schlag sie, schlag sie! Ich häng fest! Ich komme... Alle drei auf mich! Gary, hier, ich werde umzingelt! Ja, easy, einer ist schon kaputt. Zweiter ist kaputt. Und? Hey! Was? Die westliche Promenade wurde wieder eröffnet. Denken Sie daran, Eiscreme ist Futter für Menschen, nicht für Dinosaurier. Die Gyrosphäre! Äh? Oh, geil! Wir können jetzt die Gyrosphären fahren! Gyrosphäre? Ey, was er labert. Eis ist nicht gut für Dinos. Komisch, dass wir jedes Mal Dinos Eis gegeben haben. Stimmt! Ja, was ein Schlaumeier. Der hat gar keinen Plan von Plan. So, ey, lass mal nach hinten gehen. Scheiß auf die Gyrosphäre! Ich will die Mosas Augen sehen! Oh, stimmt! Warte mal, lass mal ganz kurz... Nee, ey, guck mal. Das sieht hier im Spiel aus, als ob er nicht hier auftaucht. Nee, nee. Komm! Der kommt hier drin vor. Guck mal, wir müssen sogar da hinten hin. Ja, wegen Gyrosphäre. Was gibt's denn da? Hier am Schaufenster. Guck mal, hier. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich würde das weiter anziehen, so eventuell. Ja, ja. Sieht ganz schick aus. Was haben wir hier? Mach erstmal alles kaputt. Ja, ja, mach das. Gary macht gerade Randale. Ich bin Randale. So, das kennen wir ja natürlich, das Hauptgebäude vom Besucherzentrum. Jo! Guck mal! Ach, kacke! Ja, das haben wir ja vor... Gary, kannst du sie kaufen? Ja! Ich hab ihre Haare! Hallo! Will ich sie reden? Du hast sie getötet. Geht schön. Wir müssen hier geradeaus... Ja, 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 ja. Ich glaub, wir sind da. Hola, Muchachos! Hola! Wir sind da. Gyrosphäre. Vielleicht, Leute, ein Techniker ist schon auf dem Weg. Die werden mich schon an meinem ersten Tag feuern. Nein! Warte, ich bin Techniker. Ich mach das. Siehst du? Ach so! Du kannst es das. Ich kann das. Ich bin schlau. Ja, ich bin noch klein. Ich bin noch der Kleine. Ihr habt es geschafft. Die werden mich doch nicht feuern. Nee. So, und ich lenke. Ja, du schuldest uns den Gyrosphärenfahrt. Nice! Wir sind die Ersten. Schnell, wir stellen uns an. Schnell! Los, schnell rein da. Jetzt hab ich gerade rechts gehockt. So, warte mal ganz kurz. Ich will gucken. Verwende und, äh... A, um zu springen. Ach so! Warte! Ja! Genießt die Fahrt! Jo, dankeschön! So, dann auf, auf! Was für Dinos haben wir hier? Ey! Ich bin drin. Warte ganz kurz. Ähm... Warte, ich guck mal ganz kurz. Keine Angst, ich weiß was. Mithilfe von, äh, Pad, um Lego-Gegenstände zu kontrollieren. Warte mal, das bedeutet, wir sind jetzt hier drin. Ah, hier. Du musstest fahren, Gary. Ja, ja. Bitteschön. Danke. Ich weiß schon... ...nicht, ob was zurück... Hallo? Oh! Ne, 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 ne. Okay, schlagen können wir es nicht, Gary. Wie fies bist du denn? Hä, ich wollte es füttern. Hast du es nicht gesehen? Hey, ich bin's. Es gibt auch noch Druckplatten, die eure Myrosphäre in die Luft schleudern, wenn ihr darauf fahrt. Ist es das hier? Okay. Wie erwähnt. Das ist ein Geheimnis. Also sagt niemandem, dass ihr es von mir bist. Okay, ich komm, ich komm. Ah. Was tun wir, Marty? Was? So, hallo, Gali. Ja, aber ich glaube, mit denen können wir halt nichts kaputt machen, wa? Und Dinos können wir halt auch nicht auswählen. Ist aber cool gemacht hier. Da müsste ja eventuell gleich Dings kommen, ne? Ja. Eieiei, dann lass mal auf, auf. Oh, hier liegt Kacke. Warte mal, da kann ich bestimmt rein. Komm, ich bin jung. Ja, schade, kannst du vielleicht da die Kacke aufnehmen? Guck mal, wo hast du die Kacke? Wo bist du denn? Die liegt hier einfach hinten. Gut, pass auf, dann stell du dich mal links an und ich stelle mich rechts drauf. Aber ich glaube, ich habe hier noch irgendwas gefunden. Und zwar hier, guck mal, hier. Pass auf, ich mache mal was. Ah, jetzt kann ich drauf fahren. Ja, nice. Okay, öh. Ich habe mich gegengeschossen. Ach du, oh. Ja, jetzt müssen wir eigentlich das Ding offen. Ja, perfekt. Mit Mr. DMS macht Lernen wirklich Spaß. Galimimus erreicht eine Laufgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde, aber meistens hängt er nur in Herden im Galimimustal herum und verspeist zarte Pflanzen. Steil. Alter, aufs Gelände. Sie sagten, wir sollen zurückkehren. Ja, wäre auch besser. Siehst du? Bitteschön. In nächster Nähe zu vier... Dinosaurussen. Oh, diese Dinosaurussen. Wir sollten gar nicht hier sein. Und da sind fünf Saurier. Ja, dann los, weg da, Kollege. Ach, natürlich. Los, los. Ja, ob wir da jetzt wegkommen, glaube ich, jetzt eher weniger. Aber, Gary, wir müssen jetzt, glaube ich, steuern. Let's go. Wee. Ey, lass doch deinen kleinen Bruder nicht hinten. Tschüss. Hilfe. Warte mal. Wer bin ich denn jetzt? Ich bin der Große. Du bist der Kleine. Oh, scheiße. So, Gary, jetzt heißt es, abhauen und versuche, alles einzusammeln, okay? Ich habe gerade irgendwas eingesammelt. Ja, ja, du bleibst rechts. Ich bleib links, du bleibst rechts, okay? So machen wir das. Okay. So sollten wir eigentlich alles bekommen, was wir bekommen müssen. Oh, sorry. Ey, aber dass der jetzt schon kommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die langfahren dürfen, sag ich. Guck mal, da hinten eine Langhäse. Langhäse. Aber komisch, was waren das für welche? Das war kein Diplodokuss oder so. Apathosaurier bist du Apathos? Okay, chillig. Komm, Gary, schneller. Der ist nur hinter dir her, kann das sein? Da, noch mehr Apathos. Ach, du Heilige, der macht alles kaputt. Fahr mal hier nicht weiter, ja, ja. Ja, ja, mach das. Ich kümmere mich um den Indominus Rex. Ey, das ist aber nicht nett von ihm, dass er alles kaputt macht. Autsch. Dann hättest du, glaube ich, ausweichen müssen. Ja, was hättest du machen sollen? Der Weg ist viel zu klein. Sonst stürze ich noch gegen dich oder so. So, siehst du einfach ausweichen. Ah, ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, habe ich auch keine... Oh, Gary, wir haben ein Schild verpasst. Da oben, wie gesagt. Los, wir müssen die Schilder einsammeln. Ist der weg? Nein, er ist oben. Oh, Gullis. Oh, oh. Ich... Ja. Gary hat ihn. Geil. Okay, dann müssen wir uns immer aufteilen, wenn wir sowas machen. So, zwei von drei. Wie gesagt halt, was hast du gerade eingesammelt? War das ein Schild? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das war. Zwei von drei auf jeden Fall. Ja, dann war das doch ein Schild. Wir haben ein Schild, sind wir vorbeigefahren. Schade. Ähm, wir trennen uns gerade. Nicht gut. Hui. Dankeschön. Oh, oh. Steige es hier ein, bitte. Na, super. Glaubst du, wir dürfen? Nein, ist es okay. Na, doch nicht. Ja, das würde ich auch sagen. Warte mal, ich versuche mal hinzugehen. Los, Gary, los. Ich kann dir nichts machen. Ich versuche alles für dich kaputt zu machen. Und du versuchst, irgendwas dadurch zu dingsen, okay? Hier unten liegt was. Los, mach. Ich baue. Ja, ja. Ja, ja, ich glaube, da kannst du dich hoch... Du. Ich mache. Und. Abschuss. Hi. Wenn jetzt seine Interesse, glaube ich, geweckt war. Nee, noch nicht wirklich. Das waren halt kleine Bienen. Was willst du erwarten? Äh, warte mal. Komm schon. Wer dich. Bist du das oder ich? Nö. Ah, xxxxxxxx. Das drittschlecht. Okay, okay, okay. Ich bin's, ich bin's. Jo, sehr schön. Du packst das. Äh, kreis. Sehr schön. X wieder. Ja, ja. Hab ich gedrückt. Hab ich gedrückt. Oh, Gary kann es und trifft hier. Baum. Pass auf den Baum auf. Baum fällt. Baum, Enki. Okay, das hat mir jetzt gerade, auch wenn es nur so kurz war, hat es mir besser gefallen, als mit den T-Rex und gegen den Spino. Finde ich jetzt. Du musst mich überfahren. Ach, gar kein Problem. Los, komm hier raus hier. Ja, ja, ich muss mir was bauen. Äh, äh, kompis. Ich würde sie jetzt leider vernichten, aber... Du kannst sie doch bestimmt überfahren. Nee, ich versuch sie gerade zu zerquetschen, aber es funktioniert nicht. Egal, ich mach's schon mal kaputt, ja? Du kümmerst dich um den Rest. Ah, nee, hier rechts durch die Luke. Ich verkrieche mich jetzt. Tschü, gü. Mach das schnell, der Enki braucht deine Hilfe. Oh, guck mal, du musst jetzt da rüberschwingen. Aha. Gary schafft das. Hui. Ja, sehr schön. Sehr schön, und? Ähm. Zweiter Versuch, bitte. Das machen wir natürlich nochmal. Ja, nein! Hui. Ja, und jetzt drückt das Ding an. Ah, endlich. Oh, Fotos. Geschafft. Den Versuch hast du gebraucht. Vierte Versuch hast du geschafft, ne? Ja, ähm. Sehr schön. Ah! Rest in Peace, Kleider. Los, jetzt steuer du ihn. Los, du schaffst das. Komm. Ich schaff das. Komm mal, drinnen. Ich glaube, ich darf nicht. Doch. Doch, ich darf. Okay. Let's go. Enki, schlack. Schlack. Bam, baby. Bam. Komm, Bumpy. Ja, Indominus Rex hat gar keine Chance, Schwächling. Oh, er ist wütend. Jetzt ist er wütend. Scheiß, Anki. Ich baue einen Moment. Du baust mir eine Rampe? Ach, das ist aber nett. Du hast mich überfahren. Lässt du das mal bitte. Ach so, sorry. Ich habe gedacht, seit wann kann man das aufhören so. Weißt du? Äh, und. Äh, okay. Ich habe mich nicht für dich gebaut. Dann bin ich nicht nett. Richtig nett. Danke. Danke. So, ich gehe aber raus. Los, let's go. Ey, warte mal. Siehst du das da oben? Geh rauf da. Zuerst los. Du musst oben was einsammeln. Könntest du auch für mich jetzt zu überfahren? Das finde ich nicht nett. Los. Ich werde mich da oben einsammeln. Pass auf, pass auf. Ah, du sollst hier draufbleiben. Ja, du, 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 du. So, und los. Ah, geh mal weg hier. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man es bekommen soll. Kein Plan. Böse, böse, böse. Was ist das denn? Oh, du musst mich wieder überfahren. Leute, ich bin nicht tot. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts tun, außer hier alles kaputt machen. Los, bau mal bitte. Ja, ja, ich bin schon dabei. Für mich. Für mich. Das ist meine Rampe. Ist es eigentlich doch. Ne, scheiße, ich kann nichts machen. So, nach rechts bitte. Aber links ist irgendwas. Aber ich denke mal, das kann man nicht benutzen. Knapp. Er wollte mich schnappen. Ja, alles easy. Du kleiner Schleim. Ähm. Ja. Ich baue schon was. Moment. Hier unten kann man was bauen. Du bist abgeholt. Ich komme zurück. Kann ich zurück? Ich weiß es nicht. Jetzt auch gleich bestimmt. Ja, du baust gerade eine Brücke oder so, wa? Irgendwas baue ich, ja. Ne, eine Schneemaschine. Ja. Los, steuere ihn wieder. Ja, mache ich ganz kurz. Ich kann ja eh die ganze Zeit nichts machen. Also von daher. Ne, ich kann ihn nicht steuern. Doch, jetzt. So. Ich glaube, ich bin drin, wa? Ja, ja. So, let's go. Anki, come on. Schlag ihn. Ne, er beißt wieder oben. Zack. Hey, ich hab's gedrückt. Ich wusste, ich hab Vierecke gedrückt. Es ging nicht. Ich hab Vierecke gedrückt. Es ging einfach nicht. Uff. Ich schwör's dir. So, bam. Nicht Vierecke. Nein, eben gerade war, äh, musste ich, äh, da. Da, es geht nicht. Es geht nicht. Ich drück Vierecke, obwohl's. Was ist das denn gerade? Bam. Sieh sie, jetzt geht's. Ai, ai, ai. Der Tastatur sag ich schon. Ja, mein Kontroller. So, ein Dominus Rex gibt's jetzt auf. Er ist wieder böse. Pass auf. Ja, gleich. Schönes Auto. Weg ist es. Aber bauen wir jetzt mit... Ich wollt grad sagen, ich bin tot. Aber ich lebe doch noch. Ähm. Au. Ich versuch mal rüber zu kommen. Äh, es funktioniert nicht. Was ist das? Wir haben den Überlebenden. Ja, aber... Was? Hä? Okay, ähm, wie gesagt halt, äh, ich warte auf dich. Ich komme schon. Ich komme. Äh, guck mal. Er hat sich da hinten am Schwanz. Du bleibst hier. Äh, ja, die Frage ist jetzt aber, wie komme ich denn rüber? Ich komme zurück, ich komme zurück, ich komme zurück. Ja, wenn's geht. Auah, Alter. Auah. Recipes. Ich kann mich nicht wehren. Warum fährst du nicht einfach da durch? Ich kann da nicht drauf. Warum fährst du nicht einfach da durch? Weil ich das hier benötigt habe, Gary. So, sehr schön. Ich muss nicht den ganzen Weg wieder zurück machen. Gary, was machst du denn so lange da drüben? Guck mal, ich lenke wenigstum. Kommt ja. Er fährt mich, Leute. Er fährt mich. Wo denn? Oh. Warte. Ich muss es steuern. Ab rauf da. Ja, gehst du mal aus dem Weg hier? Mann, 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 Mann. Immer diese Menschen, immer diese Kinder, die überall rumspielen. So, wait a minute. Lass mal Enki seinen Schwanz in Ruhe. Ich wünsche mir einen Indominus Rex. Und ich hole ihn mir auch. Du wünschst dir einen, okay. Ach, warte mal. Wir müssen nicht zu denen hin, sondern das Auto. So ist es. Aha. Steig ein, bitte. Ja, siehste. Sag ich doch. So, und jetzt müssen wir das Auto zu ihm hin packen und das auf den Kopf klatschen. Circa. Der Arme. So, und in drei, zwei, eins und bam. Hat die K.O. gemacht. Ja. Oh, oh. Jetzt ist er mad auf uns. Er war richtig mad. Alter, was für ein Auto jetzt? Okay. Lauf, Kleiner. Oh, oh. Das hört sich nicht gut an. Ja. Oh, ich erinnere mich richtig an die Zähne, wie sein Maul wirklich drumherum geht, ey. Das ist krass gewesen. Also vom Aussehen her. Oh. Los. Ich fahr schon. Oh, jetzt kriegt er, jetzt hat er seinen Mund zu folgen. Er kann sich tarnen, oder? Aber im Gehege sind Infrarotkameras. Dazu müsste es seine Wärmesignatur geändert haben. Kein Tier kann sowas. Ach ja, das hier schon. Ja. Weil es ein Hybrid ist. Es war bestimmt irgendein technischer Defekt. Techn. Haben Sie denn nicht aufgepasst? Diese Kratzer waren eine Ablenkung. Wir sollten denken, sie sei entkommen. Ich werde alles im Norden des Parks schließen. Das Eindämmungsteam soll ihn diskret einfallen. Die Existenz dieses Parks hängt davon ab, dass wir mit solchen Vorfällen umgehen können. Reden Sie ein ernstes Wort mit Ihrem Laborteam. Dieses Ding da draußen ist kein Dinosaurier, sondern ein Monster. Mehr als nur ein Monster. Du musst die Jungs sofort zurück ins Hotel bringen. Haltet. Ich kann nicht. Langsam. Sie sind was? Ich brauche Hilfe. Meine Netten sind da unten im Tal. Owen macht das. Owen regelt alles. Owen Brady. So. Das Jurassic World Erlebnis. Oh, da guck ich nicht, wie wir jetzt kriegen. Und? Freigesch... Ja, siehst du, Enki. Bierdevoll. Ja, Freunde. Das war es auch schon wieder von einer weiteren Folge. Lego Jurassic World. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's mir. Untertitelung des ZDF, 2020